So, das Blut ist jetzt viel alt? 1,5 Stunden, oder? Nein, es ist schon wieder alt. War vielleicht eine Dreiviertelstunde? Ja. Und wir sehen sozusagen diese zunehmende Auflösung des Hämoglobins zu den sogenannten Händschen Innenkörperchen, wo ich dazu weggehen darf. Ja, aber trotzdem eigentlich eine sehr starke Membranstabilität. Wie ist der Familienname? Steuheist? Heißt, etwa heißt, praktisch so viel Vitamin D nimmt. Ach, nix Vitamin D, entschuldige. So viel Leinung nimmt. Leinung nimmt. Also eigentlich benutzt alle den begeistert. Super. Aber natürlich, Verbissung ist auch nicht möglich. Mhm.